Und Kupfer können wir da drüben aus den Minen holen? Okay, wir bauen, wir bauen, wir bauen, wir brauchen ja eigentlich, ups, das war falsch, wir brauchen ja eigentlich nicht so viel, äh, 4, äh, 5, 6, 7, 8 Und einen neuen Test, dann können wir nämlich, äh, 3 von denen hier bauen Und dann können wir noch mehr Energie bauen, warte mal, stopp, äh, ich baue hier jetzt mal einen Weg rum So, dann bauen wir nämlich hier mal kurz Energie, mehr Energie Okay, ja, okay, das war jetzt schon wieder dumm, weil, das baue ich gerne, so Und dann können wir auch gleich zwei Kraftwerke bauen und dann sollte die Energie aber auch irgendwann wirklich reichen Hierfür brauchen wir, ja, jetzt können wir schon drei davon bauen Also es läuft, würde ich sagen Ähm, dann haben wir Lifestyle, wir haben Burger, wir haben eigentlich alles Äh, jetzt sollten wir eigentlich nur noch ganz kurz warten Und dann lassen wir die aufsteigen Äh, wie viel haben wir denn jetzt schon? Ich ziehe mir das auch mal da oben in die Leiste Ach ja, die verbrauchen das ja jetzt schon Das ist nicht so toll Warte, ich sperre denen mal das und Und Lifestyle sperre ich denen jetzt mal auch kurz Dann kann sich das ein bisschen füllen, würde ich jetzt mal sagen Und dann können wir die aufsteigen lassen und dann nur noch den 150 oder wie viele das sind Das geben Aber bei dem können wir jetzt schon wieder lobbyen muss Und bei dem wahrscheinlich auch 30 Haben wir genügend Äh, Diplomaten ausbilden Wir sollen aber vier Diplomaten ausbilden Okay, da können wir keine Diplomaten ausbilden Da können wir einen Diplomaten ausbilden Warte, beliefern sie das mein Kitteschiff mit folgendem Nein Da kriegen wir keinen Diplomaten Da kriegen wir einen Diplomaten Ich kaufe das mal kurz Äh, wo Ah ja, stimmt Das kauft man ja auf der Arche Ja So, das ist schön Dann haben wir das auch Äh, warte Vielleicht haben wir ja inzwischen schon wieder Diplomaten Ne, wir haben keine Diplomaten Schade Sehr, sehr schade Sogar Ähm Das ist jetzt halt alles gerade ein bisschen blöd Ich hab mir das anders vorgestellt Ich hab gedacht, das geht einfacher Was brauchen die denn, um aufzusteigen Bei denen kann ich das noch nicht mal bauen Och nee Oh Mann Das wird jetzt schon wieder so ewig lang Wir haben 330, wir brauchen viel mehr Och nee Okay Dann machen wir mal das hier weg Und machen die hier weg Und machen Das und das weg Und bauen da noch, ähm, kurz welche hin So So Und hier können wir dann Die Konzerthalle oder das Opernhaus oder keine Ahnung was hinbauen Die dürfen aufsteigen, das ist okay Wir haben aber immer noch ein bisschen zu wenig Wir sollten Mehr bauen Und zwar so Und dann So Und dann Bauen wir noch hier So ein Ding hin Schön Sehr schön sogar Dann verweigern wir das aufsteigen Und machen das dann irgendwann selber Der hier will aufsteigen Das darf er auch Ähm Haben Sie die Übertragung aus dem Wahrheitsministerium gesehen? Sehr nett Nee, tut mir leid Tut mir leid, war ich nicht anwesend Die dürfen nicht aufsteigen Das ist gut so Das mache ich nämlich selber Wir brauchen ja nur 150 Und in einem Haus sollten dann eigentlich genügend leben können Gut, ich lasse mal da ein paar aufsteigen Ja So, hier wird wieder ein reichen Viertel entstehen Hoffe ich mal So, und jetzt verweigern wir den Das, damit es nicht zu viel wird Und wir nicht mehr bauen müssen Das sollten ja jetzt Ja, das sind 450 Mehr brauchen wir nicht Das ist in Ordnung Aber jetzt brauchen wir halt noch Ja, wir hätten es eigentlich erledigt Hätten wir halt die Diplomaten Das ist blöd Kann man den Diplomaten kaufen? Ich kann die jetzt auch nicht irgendwie anders ausbilden Und ich hab halt keine mehr Und ich weiß jetzt nicht Ach, okay, jetzt kann ich Nein, ich hab immer noch zu wenig Okay, dann lass ich mal hier ein paar aufsteigen Jetzt hab ich genügend Aber ich könnte Ich könnte wirklich wetten Dass wir jetzt zu wenig hiervon haben Ach, da brauchen wir jetzt auch noch Zu Und Weg Und dann Ja, egal Ist mir Ist mir jetzt alles egal Ja, okay Ja, okay, das ist mir jetzt wirklich nicht egal Ich glaub, wir bauen jetzt einfach hier hinten neu Und zwar so Und bauen noch mehr Und bauen dann hier auch noch eins rein Das Das sollte eigentlich passen Gut, dann Ähm Das hier von alleine bauen Und Das hier einfach von alleine Ach Hä Da Nein, da passt Aha, okay Da ist ein Weg Im Weg Hä Lustig Ähm So Gut, dann haben wir davon jetzt auch noch ein paar gebaut Dann müsste das jetzt eigentlich auch reichen Und Ach, die wollen Sushi Nee Ach ja Ich vergaß Das ist ja das gleiche Das ist sogar sehr schön, dass sie Sushi wollen Weil das können sie bekommen Aber ich hab kein Holz Achtung Verkaufen sie mir dein Holz Also Ja, 40 Holz Kann ich gerne mal kurz kaufen Ist ja nicht so teuer Außerdem kann ich es mir leisten Gut Dann können wir nämlich hier Warte, wenn ich Hm Ich kann aber eigentlich auch schummeln Indem ich das mit Nee, warte Da wird gar kein Gemüse hergestellt Okay, ich kann nicht schummeln Oh Aktivität Hä Warte, warte Was Was ist hier los Leute, was ist hier los Äh Negative Oh Ja Äh Das interessiert mich nicht Und bei denen nicht Hä Leute, könnt ihr mir mal kurz sagen Wieso ihr hier jetzt bitte streiken müsst Streiken die oder haben die irgendwas nicht Die haben Hä Die haben nur keine Aktivität Aber wieso haben die keine Aktivität Demonstration Ja sag ich ja Okay, dann müssen wir einfach nur warten Ist mir egal Egal Ist mir Okay, zum Glück sind von denen keine weggegangen Das ist schon mal gut So, jetzt bauen wir aber das Sushi Okay Davon bauen wir mal drei Ich weiß nicht wie viel wir davon brauchen Achtung Produktionsschläge dann Aber Das ist eigentlich Gerade ganz gut Das sollte eigentlich passen Äh Hups Warte noch mal Äh ne Ich wollte es nicht klonen Sondern Ich wollte Menschenskinder Ich wollte das einfach nur da hinbauen So Da noch Da noch So Das passt auch Gut, dann haben wir davon mal drei Ich glaube Das sollte auch reichen Und davon brauchen wir auch noch ein bisschen was Ah, das braucht auch Oh ne Ach, das braucht auch fünf Felder Passt es denn hier hin Wenn man es selber baut Drei Okay Mehr geht wirklich nicht Das war schade Okay, dann bauen wir einfach Ein Stück weiter nach drüben Jetzt sollte es aber Gehen Ach ne, warte, stopp Ich muss noch ein kleines Stück weiter nach drüben Weil Ich das sonst da nicht hinbauen kann Das braucht nämlich vier Platz Nicht drei Wie normale Gebäude Okay Ich baue noch mal Ähm Irgendwo Ein Waren Depot Und zwar hier Weil ich muss ja irgendwo diese Dinge hier hinbauen Und ich habe einfach gerade keinen Platz Vier Das ist nicht so wie ich wollte Weil ich glaube Weil ich glaube Es sollte eigentlich gehen Da fünf hinzubekommen Oder auch nicht Dann eben nicht Ist mir auch egal Ich will hier jetzt halt nicht ewig Zeit verschwenden Nur weil ich hier diese dummen Gebäude bauen Hey, kann es sein, dass die einfach mal pauschal Einfach nur Drei hinbauen Kommt mir auf jeden Fall so vor Ist mir aber egal Ich habe jetzt genügend davon Und baue Sushi Und das baue ich hier Schön hinten ins Industriegebiet Oder auch nicht Weil ich keinen Platz habe Ähm Bauen wir es mal hier hin Bauen wir davon auch mal zwei Ich weiß jetzt nicht ganz, ob das reicht Aber wir sollten den jetzt auch mal verbieten Dass die Sushi nehmen Lifestyle sind bei diesen Diesen Navigationsgeräte Und Dann brauchen wir aber auch noch Informationen Das passt hier aber nicht hin Das ist ja schön So, dann reißen wir die vier Häuser eben ab Und bauen da Stattdessen Navigation hin Äh Nicht Navigation, sondern Filme Gucken Fernsehen Dings Und dann brauchen wir noch die hier Dazu brauchen wir Äh Wir brauchen Sand Sand stellen wir ja aber schon her Wir brauchen Kupfer Und Kupfer können wir da drüben aus den Minen holen Okay Wir brauchen ein Warndepot Und rüsten es auch gleich mal auf Würde ich sagen Ach wir können das sogar noch mal aufrüsten Ach wir hätten hier den ganzen Weg gar nicht gebraucht Och nee Wir hätten das nämlich einfach alles über die Luft abholen lassen können So wie hier jetzt Und hätten die uns den ganzen Weg sparen können Ich glaube wir können damit vier hinbauen Mit den Kupferminen Und mit dem Sand den wir da haben Ich weiß es aber nicht Und pro zwei kann man glaube ich Einzelnen bauen Und wir haben kein Holz Aber das können wir auch wieder kaufen Weil wir ja Spulen drin haben Und demnach hat die wieder Holz Und zwar wieder 40 Stück Oh das waren Bauzellen Nein Sie hat 18 Stück Aber auch okay Das sollte eigentlich auch reichen Um das hinzubekommen Ähm Und zwar das hier Boah ich muss hier gerade irgendwie auf Highspeed spielen Es sieht wahrscheinlich gar nicht so schnell aus Aber ist ganz schön anstrengend Wie viel haben wir denn eigentlich noch von dem Öl Äh da haben wir auch nicht mehr so viel Wir sollten uns beeilen zu gewinnen würde ich sagen Wie viel haben wir denn von Ähm Wo ist denn Sushi haben wir genügend Oh die bekommen das schon Okay Dann äh Sollen die es halt bekommen Dann geben wir das Die Das Sushi den auch noch Und dann können wir die schnell aufsteigen lassen Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft Produktion gestafft Aber die will ich aufsteigen lassen Hey Leute bitte nicht in meinem Hafen Und ich brauche frei Holz Um die aufsteigen zu lassen Und das Ist blöd Weil ich habe kein Holz Und das Holz muss ich jetzt Ist Mann Warte Das hier ist eine Rohstoff Aufgebraucht Okay Und das hier macht den Rohstoff oder Baumschule Sage ich ja Dann würde ich nämlich Sagen Och komm Ich habe jetzt keinen Bock Auf diese scheiß Spielchen So das rüsten wir noch kurz auf Und dann pflanzen wir da jetzt schnell mal einen Wald hin Ähm Ah warte mal Dazu brauche ich Tags Äh wo ist denn der Wald Dieser schöne Wald Keine Ahnung wo der ist Wo kann ich Wald bauen Ach Warte Das hier sind Bäume Wie viel würde mich das kosten Was schätzt ihr Ach das war gar nicht so teuer Okay Dann pflanzen wir mal hier kurz den Wald hin Die holzen nämlich das auch ab Das sieht jetzt vielleicht nicht so schön aus Machen wir noch ein paar von den Bäumen ein Ach was ist denn das Ein Blumenbeet Schön Ähm Ach In Sonderauszeichen gekriegt Schön Ach da musste ich Bäume bauen anscheinend Das ist doch toll Okay die holzen das jetzt schön ab Der sammelt das ein Die arbeiten aber nur mehr 30% Trotzdem habe ich jetzt schon wieder 10 Stück Und dann können die jetzt auch aufsteigen Okay warte wie viele brauchen wir Wir brauchen nur 2 aufgestiegene So das kann Warte das kann jetzt Eigentlich Ist es jetzt fertig Wenn die hier eingezogen sind Dann haben wir gewonnen Dann haben wir gewonnen Und 3 2 1 0 gewonnen Halten sie diesen Zustand für 10 Minuten Und dann haben wir es endlich geschafft Dann haben wir endlich Die ähm Die Das Dings da Aber warte mal Leute Wenn wir ja dann erst ein Diplomat bekommen Ist es ja ein bisschen Blöd Oder bekomme ich jetzt Wenn ich jetzt dann nochmal 10 Minuten warten würde Wieder welche Nämlich bezahl dich nochmal Damit du nicht wieder rumheulst Wenn ich den bezahle Äh warte Ich will Ich will das hier Oh Ja vielleicht hätte ich ein bisschen mehr schmieren sollen Aber das ist mir jetzt auch egal Die sind jetzt auf jeden Fall beide fast voll geschmiert Und ähm Deswegen Achtung Produktionsstillstand Bin ich auch recht zuversichtlich Dass das jetzt klappen sollte Und wir haben Eine richtig Scheiß Bilanz Wir stellen das jetzt mal dahin Äh bei denen Stellen wir das mal dahin Und bei denen hier Stellen wir das auch auf das hier Und jetzt haben wir eine Tausender Bilanz Das ist doch schön Das ist schön für dich Aber nicht für mich Und außerdem interessiert es mich Kein Stück Was du willst Sechs Minuten Ach doch Ja wir bekommen jetzt jedes mal Ein Diplomaten Drei von vier Diplomaten Jetzt müssen wir nur noch Diese Zeit abwarten Diese vier Minuten Und dann sind wir auch fertig Mit dieser Mission Drei Minuten noch Aber keine echte Minuten Wir müssen nur noch abwarten Achtung Okay Eine falsche Minute noch Und es sind noch 30 falsche Sekunden Und es sind noch 10 falsche Sekunden Und wir haben gewonnen Danke für den neutralen Boden Mal sehen ob Born diesmal bereit ist Nachzugeben Wir sind doch die geschädigte Partei In diesem Konflikt Skylar Baines hat klare Anweisungen gegeben Skylar Baines wohnt auch in Monumentos Ein bisschen verzogen würde ich sagen Also die hat eigentlich gar nichts zu melden Gut äh ich will wieder für die Punkte Ach das gab sogar 150 Äh zurück zur Missionsübersicht Aber ich würde sagen Das spiele ich wann anders Jetzt mache ich erstmal Schluss Weil jetzt ist es schon Abend Also wenn es euch gefallen hat Dann gebt einen Daumen nach oben Ähm schreibt einen Kommentar Wenn es ähm Wenn es nötig ist Nein wenn Wenn ihr irgendwas wissen wollt Oder wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt Äh was ich besser machen kann oder so Also bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 為 blue ich bin bei auf